Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Supreme Ruler Ultimate, kalter Kriegsszenario als Österreich. Wir befinden uns jetzt im Krieg mit der gesamten Sowjetunion und all ihren Satellitenstaaten. Wir sind sozusagen jetzt im Endgame angelangt und wir kleckern nicht, wir klotzen. Wir werden entsprechend schauen, dass wir ein bisschen Infrastruktur bauen werden, dass ich mal weiter vorrücke. Schauen wir mal, dass wir in jedem größeren Stadt über Versorgungsdepots hinbauen, dass wir entsprechend da die Versorgungslage verbessern. Ich werde schauen, dass wir einfach da und dort Straßen bauen, beziehungsweise Gleise, um den Nachschub sicherzustellen. Das bringt natürlich nicht unmittelbar was, aber mittelfristig oder kurzfristig schon was. Auf jeden Fall. Vor allem, wenn wir das dann über die Grenzen hinweg verbinden, alles klar. So, mhm. Dass da einfach diese ganzen Orte verbunden sind, dass wir quasi der Nachschub sich besser verteilen können und die Versorgungslage besser ist. Hier in Moldawien haben wir die größten Probleme. A, weil hier russische Kriegsschiffe in die Donaumündung reinfahren können und uns hier Probleme machen. Ich habe eigentlich die Meeren Postboros da unten erwartet, aber da haben wir jetzt eine Menge Artillerie zusammengezogen, die da quasi den Postboros verteidigt. Also alles, was da durchfährt, wird beschossen, auch von fixen Stellungen. Wir haben auch hier an der Küste ein paar Stellungen, aber leider hier nicht in der Donaumündung, weil die haben wir ja gerade erst besetzt. Okay, ja, du ziehst dich zurück. Wir müssen hier noch ein paar Orte von Moldawien besetzen. Wichtig war mir eigentlich eher, dass diese Bandseinheiten nach diesem Grenzübergang hier sichern und alles südlich der Nister besetzen. Und was der Süd da hinten noch ist, ist egal. Damit können wir uns dann noch später darum kümmern. Wichtig ist, dass wir diesen Nisterflussverlauf entlang bis nach der polnischen Grenze besetzen. Das haben wir im Prinzip fast geschafft. Dann machen wir das alles dicht, verteidigen uns dort, während wir jetzt in den Westen mit den Hauptkräften, die jetzt quasi gebunden sind, noch in der DDR, die quasi die DDR ausschalten, dann Richtung Osten schwenken, Polen ausschalten, dann quasi die Oder fertig überqueren. Und welcher Fluss da eigentlich bei Warschau durchfließt, weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall dann Richtung Osten vorstoßen. Dann quasi klappen wir das zu wie eine Tür. Und die Einheiten von Süden können entsprechend weiter und weiter Unterstützung geben und Stück für Stück vorrücken. Da in den Raum Sabritze haben wir ziemlich heftige Kämpfe, aber wir haben kein Problem. Also es ist alles easy peasy. Wir kontrollieren da schon eine Menge Grenzorte, werden die entsprechend weiter besetzen und dann warten, bis der Angriff von Westen erfolgt. Rocklauf sind wir ein bisschen weiter vorgestoßen, als ich eigentlich wollte. Wir könnten eigentlich da Richtung Pausen an vorrücken. Ja, könnte man machen, wenn wir mit diesen Einheiten vorrücken. Da haben wir Versorgungseinheiten, kann ich die da her schicken, dann helfen die denen. Beim Angriff und die Artillerie können wir da quasi die Packern noch ein bisschen verlegen. Da haben wir noch ein paar Einheiten stehen, die würde ich eigentlich ganz gerne abziehen und Richtung Moldawien verlegen, ob wir da ein bisschen Zeit brauchen. Wir haben da ein bisschen einen Fehler gemacht, dass wir zu wenig Einheiten da im Osten haben. Aber es ist schwer zu kalkulieren, weil wir einfach nicht wissen, worauf wir uns einlassen. Wir hätten noch ein bisschen mehr mit Spionage arbeiten können, um Aufklärung zu machen, um zu sehen, okay, was steht da eigentlich in der Gegend rum. Was sind in den Kasernen drin? Das weiß ich natürlich nicht. Da kann natürlich in jeder Kaserne, also in diesem Gebäude hier zum Beispiel, das ist in der Kaserne, da können 20 Einheiten drinnen sein, weil das ist gar nichts drin, das wissen wir nicht. Okay. So, bevor wir das Spiel umpassieren, noch ein bisschen, wie gesagt, Infrastruktur investieren. Dann noch ein paar Nachschutz-Depots bauen, zumindest mal eines da und dort in allen größeren Städten, um die Versorgungslage hier zu verbessern. Oder drüben, ob man jetzt eher weniger was, weil wir wissen, dass wir mit dem Raum auf jeden Fall länger kämpfen werden. Dann bauen wir da Versorgungstippos her. So, weiter geht's. Hier rücken wir Richtung Rostock vor, zur Hauptangriff. Zweite Angriffsspitze Richtung Magdeburg, dritte Richtung Erfurt. Und dann sollte die DDR eigentlich relativ bald kapitulieren. Und dann haben wir das eigentlich in der Tasche. Hier rückt es einmal da vor vielleicht. Da ein bisschen Druck. Da haben wir genug Einheiten, um das zu unterstützen. Dann mal Meter gut. Dann muss ich immer wieder ein bisschen pausieren, weil ich mit einem extrem langen Frontverlauf jetzt Hunderte, wenn nicht Tausende Kilometer an Frontverlauf haben. Also die gesamte DDR, polnische Grenze, ukrainische Grenze, moldawische Grenze. Sagt's in den Comments Bescheid. Wie viele Kilometer das sind, aber ich schätze mal, über Tausend werden es auf jeden Fall sein. Mit Sicherheit. Und hier habt's ja keinen Nachschub, gell? Hier liegt's ein bisschen... ein bisschen still. Das ist weniger erfreulich. Aaaaaaah. Guck mal, da kommt mit denen da. Das ist jetzt ein bisschen chaotisch, das Ganze. Ich weiß. Speziell in Moldawien. Da schaut's besser aus. Da ist es ein bisschen chaotisch, aber wichtig ist, um die Kontrolle über diese ganzen Orte zu haben. Dabei hilft denen da beim Angriff, da ist ein bisschen Garnison dran, dass wir schneller wieder kämpfen. Das sind nur Garnison-Seinheiten, die wir dann wieder kämpfen. Also nicht die richtigen Kämpfe, sondern eher so lokale Gefechte. So. Da haben wir den nächsten Vorstoß gemacht, vom Vrockler. Haben erfolgreich da wieder Orte besetzt. Schicken einen Scout einmal da rüber. Rücken Richtung Bosnian vor. Da schaut gut aus. Da haben wir einen weiteren Angriffskeil, der bereits auch schon Richtung Polen geht. Da habe ich schon relativ früh eigentlich den Angriff abgedreht, weil ich gesehen habe, in der DDR tut sich nicht viel. Da stehen uns hier eigentlich mehr gegensätzlichen Wege. Also das ist Hilfe. Es dauert das Spur länger, ja, aber Versorgungslage ist ganz auch ein Problem. Weil desto mehr Einheiten in einem Gebiet sind, desto mehr müssen die Versorgung entsprechend aufgeteilt werden. Okay. Schaut gut aus da. Ich gehe Richtung Krakau rein. Passt. Da haben wir jetzt Verstärkungen für diese Stellung hier erhalten. Sehr gut. Das heißt, rückt sie einmal da unten vor und hält sie denen da. Da im Moldawien haben wir die größten Probleme. Ja, da werden wir jetzt abgeschnitten. Jetzt werden diese Panzereinheiten da, das ist nicht gut. Na. Na. Du lässt dich mal da zurückfallen, falls du dich überhaupt noch zurückziehen kannst. Ähm. Hilf denen mal da. Hilf denen mal da. Oh, ich schicke mir doch mal da rüber. Wenn es dann Flagbahns in der Stadt sind, sonst nix. Naja, gut. Da ist auch ein Flussverlauf. Da haben wir keine Bedrohungsszenarien in dem Sinn. Ja, das ist ein bisschen ein Problem. Letztendlich haben wir jetzt keine Versorgung. Da haben wir einfach zu knapp kalkuliert. Ah, helf denen da bitte. Halt, Moment mal. Da steht einer nicht extrem, wenn ich helfe. Du, du, oh, 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 oh. Du gehst einmal reparieren. Horvitzer, Horvitzer, Horvitzer. Ja, wir füllen eine Menge Horvitzers. Eine Menge Artillerie ist das. Die wurden alles zerstört an der, irgendwo der Ostküste von irgendwelchen Kriegsschiffen. Da kann ich leider nicht viel dagegen tun. Waffenstillstand gebrochen. Haha. Ja. Whatever. Wie ist eigentlich das Bild der Welt von uns? Ja, ein bisschen schlechter geworden, aber macht nix. Wir sind jetzt im Krieg mit. Wo ist es? Polen, Ostdeutschland. Ja. Und der Rest sind Satellitenstaaten. Also sprich, Estland, Etta und Litauen, Kaliningrad, das sind alle Satellitenstaaten, das sind im Spiel als Kolonien. Das heißt, das sind automatisch mit denen im Krieg. Okay. Was sehen wir hier Schönes? Wir müssen an die polnische Grenze verrücken. Sieht ihr das auch wieder eine geostrategische Schlüsselstellung? Szczecin, das ist westlich der Oder gelegen, das weiß ich. Noch aus der Geografie. Das ist bei mir bestimmt, naja, 25 Jahre her. Das werden wir natürlich besetzen. Und der Rest, also machen wir so, machen wir so die eine Hälfte da. dann selektiere ich ein paar Einheiten, die da quasi rüberrücken, dass wir das besetzen. Diese ganzen langsamen Einheiten sowieso darüber. Und schau mal, ach, was wir da am Panzern stehen haben. Meine Güte. Ja, da haben wir definitiv zu viele Einheiten in dem Einsatz. Die können wir alle da rüber schicken. Ihr könnt schon vorrücken, weil ich sehe da keinen Grund, ihr seid nicht gefährdet. Ihr könnt quasi den ganzen Straßenverlauf der Richtung Schwarzbeerküste vorrücken. Und dann lassen wir vielleicht einen Schützenpanzer da in dem Grenzort, falls da eine Einheit über die Straße kommt. Und die Barzerabwehr, die montieren wir da auch da. Die Versorgungseinheit, du unterstützt die da oben. In Chemnitz. Ein bisschen Probleme, da liegen unsere ganzen Einheiten da quasi fest. Erfurt ist eingenommen. Da ist ja nichts mehr über von Deutschland. Wo soll ich die ganzen Einheiten hinschicken? Schicken wir da einen Peer. Okay, machen wir es so. Ihr alle helft es denen in Magdeburg. Und ein Ingenieur fahrt da runter zur westdeutschen Grenze. Oder fahren wir zuerst da runter in dieses Lager oder die Stadt, was auch immer das ist. Industriekomplex, genau. Und dann besetzt man das restliche Staatsgebiet. Westdeutschland, sage ich schon so. Ostdeutschland müsste dann gleich kapitulieren. Kann nicht mehr lange dauern. die ganzen Flugzeuge werden wir abziehen. Die werden wir jetzt mal dort einsetzen, wo sie wirklich gebraucht werden. Schauen wir mal, wo werden sie gebraucht. 214 eingesetzte Einheiten. Ja, da kommen jetzt jede Woche dann neue Panzereinheiten dazu, weil wir bauen quasi jetzt durchgehend. Dass jede Einheit, die man verlieren wird, dann quasi doch zwei oder drei ersetzt. So, ihr verlegt es einmal Richtung da unten hin. Moldawien. Ich möchte da unten alles in Stücke hauen. Was ist denn da? Ah, wisst ihr was? Wir greifen das Kriegsschiff an. Ja, das machen wir. Da ist ein Flughafen und dann bombet ihr mir das formale Deite-Kriegsschiff. Das nervt. Oh, ziehe ich zurück. Panzer. Unsere Elite-Panzer da verlieren. So, ähm, während ihr jetzt mehr auf die Flugzeuge warten, was tut sich da an der Grenze? LWOF. Nicht viel. Den muss ich mal reparieren. Ähm. Wir brauchen Reinforcements. Ich bleibe einmal da. Mal zurückfallen. Der ist auch schon ziemlich abgekämpft. Schon wieder? Ah, wir schauen mal hier aus. Sehr gut. Bosnian ist eingenommen. Ausgezeichnet. Ja, Moment, 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 Moment. Nicht zu schnell. Dreht wieder um ein paar. Nimmst das da ein. Gut, wir stehen davor. Setz, Setz, Setzchen. Da ist ein Sowjetpanzer. Ein einzelner. Ein, oh, ein IS-6. Auf den müssen wir aufpassen. Der ist gefährlich. Der rückt auf Ostberlin vor. Hallo, hallo, hallo. Aber der ist auch liegen geblieben. Jetzt, ja. Der hat keinen Treibstoff mehr. Den haben wir abgeschnitten. Okay, Rostock wird angegriffen. Da ist noch ein bisschen Garnison. Da hätten wir jetzt. Ach, da wird wieder der Panzer. Der hilft dem Panzer da. Der ist liegen geblieben. Hm, verrücken. Chemnitz. Ja, da habe ich ein bisschen missgebaut. Da sind alle liegen geblieben. So, der Pionier. Ja, kämpft die Garnison. Da passt. Wo sind unsere Flugzeuge? Da kommen sie. LeWolf ist alles ruhig. Da kämpfen wir. Da sind wir ein bisschen abgeschnitten. Das macht nichts. Das ist ein bisschen nervig, aber mehr auch nicht. Mir ist es wichtig, dass ich keine Super-Elite Einheiten verliere. Also sprich, keine Super-Panzer-Einheiten. Da haben wir eine Special Forces, die gleich drauf geht. Ich weiß, ob da mal Artillerie stehen. Oh, schau mal. Da haben wir die ganze Artillerie verloren. Ja, jetzt sind die ganzen Kriegsschiffe da. Zwei Kriegsschiffe. Die bombardieren uns da unten. Da haben wir die ganze Artillerie verloren. Da haben wir auch drei, vier Stück verloren da unten. Okay, Flugzeuge sind gleich da. Und dann werden wir mal diese Kriegsschiffe angreifen. Hm, da kommt der erste Angriff. Jetzt, ja? Noch nicht viel, aber ein bisschen was. Ist okay. Wir haben uns drauf vorbereitet. Wir haben eine gute Stellung. Du stehst eigentlich relativ gut, weil du musst diesen Höhenzug hier sichern, nämlich wenn sie da durchbrechen wollen. Das heißt, dass wir quasi in die Flanke fallen können. Ich zugreife einmal die Artillerie. Ah, diese Pack oder was auch immer das da ist. Oder das ist Artillerie? Das ist ein Panzerberghanone. Okay. Ah, Posnanz. Ja, ihr könnt es eigentlich Richtung Lotz vorstoßen. Sehe ich keinen Grund, warum ich den Posnanz. Machen wir mal kurz hier Pause. Ihr hier besetzt es einmal diese Grenzen, diese restlichen Ortchen, Örtchen da. Und da stehen wir bereits an der polnischen Grenze. Jawohl. Das heißt, alles an die polnische Grenze. Und ja, der russische Panzer nervt uns da. Der versucht Ostpol hineinzunehmen. Den haben wir nicht gesehen, weil der war außerhalb quasi unserer Aufklärung. Da kommen gerade drei Panzerneiten der Tour von uns. Die werden sich um ihn kümmern. So, Magdeburg ist eingenommen. Erfurt ist eingenommen. Chemnitz ist noch nicht eingenommen. Halle ist noch nicht eingenommen. Dann rückt es noch mal weiter nach Norden vor. Also DDR müsste jede Minute kapitulieren, dann haben wir das ausgeschaltet. Hoppla, da haben wir jetzt wieder ja das ist ein Loyalitätsproblem. Das passiert häufig, wenn man quasi so schnell vorstößt. Schauen wir mal, wo die sind. Wir sind schon wirklich an der Schwarzmeierküste. Wir können Gdansk einnehmen. Sehr gut. Wieder einen Grenzfluss besetzt. Ausgezeichnet. Stellen wir da ein bisschen aus. Ihr könnt es alle vorrücken. Und dann diesen Hauptangriff unterstützen. Wir sind ja quasi im Norden von Polen relativ weit. Halb im Polen schon drinnen. Das heißt, Bosnan bekommt auch sofort den Marschbefehl um quasi aufzuschließen und diesen Angriffskeiler quasi weiter voranzutreiben. Und dann müssen wir nur schauen, dass wir diese ganzen Grenzorte da besetzen. Seht ihr da jetzt dieses Gebiet da? Lotz wird auch schon angegriffen. Sehr gut. Da haben wir es richtig gemacht. Da haben wir eine gute Einheitenmischung. Und jetzt können wir eigentlich von da von Süden nach Norden verrücken. Sehe ich kein Problem. Da stützen wir einen Angriff hier. Wir haben genug Einheiten hier stehen. Falls im Osten ein Angriff kommt, werden wir den locker ab mit dem, was wir da haben. Schicken die ganzen Kampfeinheiten da nach Norden. Leider keine Versorgungseinheiten da, wie das ausschaut. Vielleicht da ein bisschen was. Eine Versorgungseinheit haben wir da oder eine da lassen. Okay. Das schaut gut aus. Das schaut sehr gut aus. Das gefällt mir. Ja, wieder eine Artillerie verloren. Die sterben uns weg wie die fliegen, aber die halten noch nichts aus. Das ist klar. Da sind wir da haben wir jetzt eine Lücke. Das ist ein Problem. Ich weiß. Wenn jetzt ein schwerer Angriff kommt, haben wir ein Problem. So. Darauf habe ich jetzt gewartet. Einheit bombardieren. Go. Jetzt bin ich mal gespannt. Ja, 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 ja. Das tut weh. Dafür werden wir jetzt unsere Flugzeuge einsetzen. Da seht ihr das. Upsi. Das war es schon. Und da sehe ich ein Oh, ein U-Boot. Ein U-Boot. Okay, okay, okay. Könnt ihr das bombardieren? Da bin ich jetzt gespannt. Da bin ich jetzt gespannt. Moment. Ach, das ist so nervig, dass man nicht die selbst, also leicht selektieren kann. Da müssen wir eine Einsatzgruppe machen. Das geht. Da kann man irgendwo so Gruppen definieren. Damit diese Einheiten quasi leicht zu selektieren sind. Moment mal, wie geht das? Ah. Das geht irgendwie. Eine Kampfgruppe kann man irgendwie definieren. Ah. Da kann man irgendwie sagen, macht daraus einen Kampfverband. Hm. Weiß ich, ja. Dann wieder spät. Ah, ich muss sie wieder mal neu, ja, okay, okay. Erstens mal muss ich sie wieder neu verorten. Weil ich da jetzt wieder neue Einheiten erwischt habe. Da bin ich vorher nicht dabei. Waren die, wenn wir hier runter schicken nach Ist, nein, nicht nach Istanbul, weil sonst bombardieren die unsere Luftwaffe, weil wir schicken sie da nach Varna und greifen dann von Varna die nächsten Zweckriegsschiffe da unten. Aber eins haben wir jetzt versenkt. Dafür brauchen wir unsere Luftstreitkräfte. Und ja, da haben wir jetzt, oh, 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 oh. Schaut mal, was da in Russischen Einheiten unterwegs ist. Ja. Der Plan, an die Nister vorzustoßen, ist zum Teil gescheitert. Und zwar da im Norden, aber ab hier haben wir ein Problem. Jetzt hat es eine Riesenlücke. Wenn die da jetzt angreifen, haben wir ein Problem. Da haben wir, da haben wir kein Problem. Alles, was nördlich ist, Richtung Lwov, Lemberg. Übrigens, wenn wir einmal Lemberg besetzen, was haltet ihr davon? Wichtiger Knotenpunkt. Das ist eine Stadt. Machen wir das einmal. Und dann rücken wir auch hier mal ein bisschen vor. Sehe ich keinen Grund, weil der Hauptangriff erfolgt hier auch. Also wir rücken hier auf diesen Ort vor. Besetzen den einmal. Machen vielleicht auch ein bisschen eine Lücke auf. Aber ich erwarte nicht, dass wir genau jetzt durch diese Lücke durchkommen. Weil im Osten haben wir ein Problem. Da haben wir ein Riesenproblem. Jetzt entwickelt sich immer mehr zu einer Problemstellung. Ja, wir werden durchbeißen müssen. Wir werden durchbeißen müssen und warten, bis die nächsten Panzerneiten gebaut sind. Weil bis sich da Verstärkung entschickt, das dauert noch. Da haben wir Versorgungserneiten, die können wir auch rüberschicken. Und zwar unterstützt die hier. Oh, du musst dich reparieren. Und zwar sofort. Zieh schon mal ab. Da ist schon mal gut aus. Ab hier schaut es gut aus. Aber ab hier, seht ihr, das ist eine Riesenlücke. Ein paar Kilometer haben wir da jetzt komplett, komplett offen. Da haben wir sich ziemlich verspekuliert. Wie heißt der Brücke, der Film da aus den 60ern, eine Brücke zu viel? Ich bin schon Connery. Ich glaube, Brücke von Rehmagen heißt der auf Deutsch. Ja, ich glaube. So. Kampfgruppe aus ausgewählten Einheiten erstellen. Sehr schön. Okay. Einheit bombardieren. Go. Da bin ich jetzt mal gespannt. Es ist nicht alles Bomben, es sind auch Jäger dabei. Oh, da haben sie auch ein Kriegsschick gefunden. Sehr schön. Ja, ja, ja. Damit können wir die sowjetische Seehoheit quasi brechen. So, besetzen wir mal diese ganzen Orte. Wir müssen mal diese Versorgung hier sicherstellen. Und die Sowjeteinheiten hier zurücktrennen. Dann drücken wir uns und dann rücken wir mich quasi hier Richtung Norden wieder vor. Und schließen diese Lücke. Okay. Okay. Ihr seid so ein bisschen gefährlich. Ich habe euch jetzt extra da stehen lassen, weil ich euch in die Etappe schicken wollte. Müsst ihr da abziehen, bevor die Luft auf euch zerstört. Die sowjetische. Gut, hier greifen wir an. Raum Krakow. Krakow. Können wir jetzt auch angreifen? Weil ihr seht, unsere Streitkräfte sind quasi so zahlreich, dass wir quasi hier vorrücken können. Machen wir das einmal. Hier mal wieder leider ein Loyalitätsproblem. Muss ich wieder einheiten zurückschicken, um diese Straßenzüge zu besetzen. Alter, fahrt schon. Du rückst davor. So. Da oben haben wir das gleiche Problem. Setzt ihr das? Das passiert leider immer wieder. Aber wir haben die Schwarzmeerküste erreicht. Das gefällt mir gut. So besetzt einmal da diesen Luftwaffen Schlusspunkt da hinten. Der wäre wichtig, wenn wir den haben. Können wir die Sowjets uns da nicht mehr... Jawohl! Wir haben Ostdeutsche und Erobat. Annektieren. Sehr gut. Ausgezeichnet. So, jetzt muss man mal schauen, wo die Grenze verlauft, ja. In your face, Preußen. In your face. So, was machen wir jetzt? Wir werden einmal da mal alles reparieren schicken, was wir da in abgekämpften Einheiten haben. Das sind übrigens Sowjet-Einheiten, DDR-Einheiten immer da geerbt. Und siehst du das? Diese ganzen EPCs da, die hier. Das sind keine von uns. Das sind sowjetische Baueinheiten. Super. Die können wir alle jetzt genau brauchen, weil ihr wisst genau, wo wir die hinschicken. Jawohl. Die werden alle im Eilmärschen da an die Grenze verlegt. Und zwar genau hierher. Im Übrigen haben wir jetzt auch hier endlich diesen Widerstand hier gebrochen. Lemberg wird angegriffen. Jawohl. Hier haben wir den Fluss. Hier machen wir uns keine Sorgen. Das heißt, wir lassen hier ein bisschen was stehen. Die Panzerbeerkanonen. Und lassen wir da den hier stehen. Die drei rücken da jetzt auch Richtung Süden vor direkt. Versorgungseinheit begleitet sie. Richtung Süden. Und rücken da quasi da runter zu und machen quasi da diesen Raum dicht. Das ist nicht so gefährlich. Es schaut verflucht gefährlich aus. Da ist die Nister dazwischen. Gefährlich ist das hier. Dieser Übergang. Dieser unkontrollierte Übergang. Der ist gefährlich und der ist gefährlich. Hier haben wir die Kontrolle über den Übergang. Hier haben wir Einheiten. Hier haben wir auch die Kontrolle. Hier brechen wir jetzt quasi von Westen Richtung Lemberg durch. Du gehst auch mal reparieren. Nimmst da weitere Orte ein. Hier geht es auch mal reparieren. Schaut auch nicht mehr sehr gut aus. Okay. Lots haben wir auch schon eingenommen. So. Da müssen wir aufpassen ob wir da nicht in die Petrouille kommen. Das schaut gut aus. Was haben wir da stehen? Da haben wir auch leichte Kampfeinheiten. Die können wir quasi da nutzen um quasi hier so diese ganzen Orte hier zu besetzen. bei Polen wenn wir dann auch Ball im Griff haben. Da kämpfen wir immer noch. Da haben wir keine Panzereinheiten um den Angriff zu unterstützen. Wo sind die ganzen Panzer die ich daher dirigiert habe? Wo sind die alle? Die sind da hinten? Sind die liegen geblieben? Wahrscheinlich. Wir versorgen die Einheiten zurück. So. Im Raum Rostock haben wir eine Menge stehen das sind wie gesagt die Einheiten die wir jetzt geerbt haben die können wir sofort an die Front schmeißen. Ihr zwei beide ihr könnt es auch sofort umdrehen 180 Grad die ganzen Einheiten da haben wir drei Panzereinheiten die können wir auch sofort da Angriff Richtung Polen schicken. Brandenburg kann man auch in der Menge rumstehen alles Richtung Polen was haben wir da stehen? Alles Richtung Polen Chemnitz die ganzen Einheiten wenn wir da einen Teil abkommandieren den schicken wir jetzt auch Richtung Moldawien daher zentrale Stadt einfach dass ihr die Kontrolle habt dann kann man sie dann frisch verteilen. So da haben wir noch eine Artillerie stehen die werden wir da raufschicken da haben wir Flugzeug machen wir eine Luftpatrouille dann kannst du da ein bisschen Luftunterstützung geben jetzt schauen wir uns mal an was unsere Luftanheiten damit den Sowjetschiffen machen oh ja sehr schön oh ja Luftüberlegenheit zahlt sich jetzt mal langsam mal aus oh 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 packen wir gleich ich sehe es ja er fällt gleich sein Kriegsschiff ja 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 jetzt zieht er sich zurück ABF 100 Messerschmitt haben wir verloren Speedtraktor Venom vernichtet das war ein Flugzeug und auch einen Speedtraktor okay wir haben einen Bomber verloren naja das ist zu erwarten ah lass mal schauen dass wir da zurückdrängen das ist ein schwerer Nachschubbäcker wie der ist egal diese Nister den Grenzübergang müssen wir haben geh mal reparieren da nutzt man den Zustand nix so rückst du mal da rein davor die lassen wir mal da stehen falls der Pionier oder was rüber oh Vorsicht Rückzug ein Benji wurde er abgeschossen abgeschossen oder ist er abgestürzt wegen Treibstoffmangel ich glaube er abgestürzt wegen Treibstoffmangel schicken wir die mal alle zur Retour die haben nochmal einiges verjagt und ah ja es könnte auch sein dass sie von da bombardiert werden ja richtig Moment das ist nicht gut das könnte auch sein dass die quasi im Flughafen von der Artillerie zerstört wurden ja Flughafen Küstennähe keine gute Idee da haben wir schon drüber gesprochen ja da habe ich spekuliert dass das ein Problem sein könnte geht es mal da drüben hin so da haben wir gleich den Grenzübergang da machen wir hier dicht sie ist mir auch ist mir dabei egal weil der Nachschub kommt hier über diese Brücke hier haben wir die Brücke ja quasi unter Kontrolle aber mit einer einzigen Flacke einnehmen das ist ein bisschen ja diese Artillerie das stört uns dabei gar nicht die ist völlig egal wie schauen wir hier aus ok würde ich mal sagen rückt es einmal da Richtung Süden vor was ist das aber der hat ein bisschen Raum Rumänien befreit ah ja sieht es ja deswegen ist das da grau ein bisschen Rumänien befreit na macht nichts so weißt du was wenn den Angriff hier mal abbrechen hier mal eine Unterlegenheit ziehen wir uns da mal zurück haben wir da Versorgungseinheiten nein da haben wir eine riesen zwei Packkanonen Artillerie alles mögliche nur keine Versorgungseinheiten du bist fast kaputt ja mit denen kann man nicht vorrücken das nutzt nichts vielleicht können wir die da irgendwo rüber dirigieren selbstverständlich das ist so wichtig wenn man Versorgungseinheiten hat da haben wir einen Rover geerbt kannst du da mal angreifen und ihr ja rückt es da weiter vor und dann schauen wir mal was wir hier oben im Bereich Lots machen so da haben wir jetzt endlich mal die Kontrolle über diese Gebiete besetzt es einmal den Rest da jetzt haben wir diesen Grenzort immer noch nicht eingenommen jetzt schämt es euch einmal Gedanztkammer eingenommen okay oh ja das ist möglicherweise die Artillerie oder Flugzeug Luftangriff oder was auch immer was uns das runterhaut die füllen natürlich eine Menge Versorgungseinheiten müssen wir gerade welche nachbauen oh schluss mal was an boah schluss mal was am Panzer kommt okay Moment mal die ganzen Pioniere breche ich mal ab die Scouts breche ich auch aber das war eigentlich gar nicht so gescheit die zu bauen für immer ein bisschen Zeit bauen wir lieber noch Nachschubstransporter ein paar die gehen auch relativ schnell und dann hätte ich ja lieber doch noch ein paar Pioniere die dauern zwar lang aber machen wir noch ein paar mit denen wir haben jetzt auch eine Menge verloren stimmt eigentlich war Fehler das abzubrechen weil dann können wir uns ja beim Bau helfen das stimmt ja die Packkanone brauchen wir hier wirklich nicht die können wir da Richtung Osten verlegen die Panzer sind hier wahrscheinlich liegen geblieben die verlängende Nachschubsecke wieder runter helfen denen da mal und dann bleiben wir hier mal stehen und warten mal bis der Einheiten vom Nachrücken beziehungsweise wir könnten dann theoretisch nach Warschau verrücken ja wir haben dem Raum hier noch relativ viele Einheiten stehen schaut mal was da alles steht die sind ja quasi in der Etappe das heißt ihr alle könnt seinen Angriff auf Kilice unterstützen und ihr alle könnt da Richtung Norden verrücken weil da ist ja keine Front mehr da ist nichts mehr was uns gefährdet du kannst höchstens da unten noch diese Grenzorte besetzen okay dann mal ein Berg Artillerie die können wir eigentlich auch da rauf verlegen okay dann schauen wir mal so den Fluss haben wir erreicht damit ist das einmal abgeriegelt das heißt die alle schwenken mal Richtung Season ja ein paar bleiben da am Verteidigen ist ein Übergang dann brauchen wir nur noch da sichern dann haben wir es endlich dicht gemacht ja aber die Infanterie zerstört vom Kriegsschiff die Kriegsschiffe haben uns ordentlich Einheiten gekostet da haben wir ein Panzer irgendwo in der Etappe stehen was machst du da hinten wir brauchen dich hier mal jetzt heißt es natürlich mehr und mehr Einheiten nach Osten verlegen weil Polen ist noch eine Frage der Zeit also jetzt da haben wir ja wirklich schon Boden gut gemacht da werden wir eigentlich hier mal in Richtung Osten vor Kaliningrad stoppen hier mal stehen bleiben hier mal sichern aber die ganzen LKWs müssen wir uns zweimal abziehen den dritten vielleicht in die Etappe stellen damit wir hier dann quasi den Angriff Richtung Westpolen da unterstützen und wir den da drüben den Rest da mal erobern da haben wir schon wieder die Straßenbindung verloren Kontrolle ja ganzen Deppen ja jetzt alle am verlegen ok das dauert weil ja auch die Kani versorgen haben werden in Rostock von einem Kriegsschiff angegriffen ok dann zieht sich da mal zurück oh Schatz gut dass wir das gesehen haben die gehen da über die Landzungen anscheinend drüber ich will jetzt nicht auf sie rüber kommen ja endlich haben wir das eingenommen rückt vor ja super 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 ok jetzt haben wir das ihr alle greift mal da an abzüglich ihr zweiter ihr bleibt da stehen ok weitere Grenzorte also Grenzorte Kitanz ist kein Grenzort da besetzt das alles mal also mit Nachschub könnt ihr auch entsprechend vorrücken kein Problem und hier dasselbe ok hier machen wir es gründlich hier machen wir alles platt hier haben wir keine Eile die sollen einfach nur diesen Rest da hinten besetzen dass sobald die diese Grenzorte also diese Hafenheben besetzt haben besetzt haben drehen sie wieder um und verteidigen hier diesen Raum hier östlich der Oder und dann rücken wir hier vor nehmen das ein und dann haben wir eigentlich einen Raum Warschau eigentlich den nächsten Angriff können wir eigentlich hier schon Richtung Warschau vorrücken sehe ich keinen Grund warum nicht genau hier verteidigen wir mal hier rücken wir dabei nicht vor und warten bis diese ganzen Angriffskeile auf Warschau vorstoßen vor allem warten wir da mal auf die Verstärkungen die quasi von hier rüber kommen weil dann kommt wirklich einmal ein Schub von 40, 50 Einheiten über die Oder Richtung Kaliningrad dann haben wir da wirklich ein massives Übergewicht an Einheiten derweil kommen wir wirklich gut voran aber wir dürfen uns nicht in Sicherheit wiegen wir müssen jederzeit damit rechnen dass etwas nicht so läuft wie wir denken ja schon sagen wir mal diesen Berg artillerieren okay Luftangriff Luftangriff wo sind die Flugzeuge da seid ihr ähm ein paar verloren ein paar ist noch abgekämpft verlegt es einmal da her dann machen wir jetzt einen gewaltigen Luftschlag setze ich mal zurück dann machen wir einen Luftschlag da auf diese Artilleriemassierung da oben bin ich mal gespannt was die bewirken können Sarrazin vernichtet ja das ist ein Schützenpanzer so du gehst du gehst dich mal bitte reparieren du bist jetzt endlich mal in Sicherheit dich brauchen wir leider da und die ganze Artillerie steht im vordersten Hex das ist nicht gut warte mal von wo werden wir da beschossen das ist keine Artillerie das ist eine gute Frage wir sehen es leider nicht da ist irgendwo eine feindliche Artillerie der in der Nähe steht und uns beschießt deswegen sollten wir auch immer Scouts dabei haben die mehr Sichtradius haben so da rücken wir vor wir stehen vor Warschau na bitte so da müssen wir aufpassen dass die nicht wieder im vordersten Hex stehen der Rest drückt nach wir schauen mal hier aus gut können wir eigentlich auch die Oder überqueren machen wir mal da rum so diese Orte haben wir auch alle besetzt das heißt ihr ganzen Deppen geht's mal zurück du reparierst dich bitte und du reparierst dich und die stellen wir jetzt quasi alle da in L-Plug auf und uns sichern mal Richtung Osten so reparieren das mal brauchen wir vielleicht noch ein Nachschubstipot her wo ist es da richtig dass es noch polnisch noch okay das läuft ganz gut wir haben wie gesagt nach wie vor da auch im Osten ein ziemliches Problem mit den mit den Einheiten aber wir schicken da eh schon einiges rüber das dauert einfach ein bisschen bis es da ja durch unser Staatsgebiet da durchgerollt ist oh ein neuer Panzer ein brandneuer Panzer na da wissen wir genau wo wir den hinschicken also auch eine reparierte Einheit schicken wir auch gleich da hin das müssen wir kontrollieren das Problem ist wir können Rallye Point setzen das geht ja das Problem ist wo soll ich sie hin rallyen wo hin wir brauchen sie ständig woanders das ist das Problem wir könnten sie da haben wir den schon befehligt nein da steht noch ein neuer Panzer ja wir haben jetzt überall natürlich Produktionsstandorte geerbt von diversen Nationen dementsprechend haben wir jetzt einfach überall plötzlich Panzeranheiten rumstehen die haben wir schon befehligt die haben wir auch befehligt wir müssen am nächsten Tag noch ein paar nachkommen ja in zwei Tagen also am einen Tag kommen noch einmal zwei Panzer da steht noch ein Panzer na bitte wir haben einen verloren und drei haben wir drei Prozimmer nach habe ich ja gesagt und bei einem IS-6 haben wir zum Glück noch nicht verloren aber damit schaffen wir natürlich wieder oh da meine Atatrie jetzt gerade verloren die konnte ich nicht mehr zurückziehen ich weiß nicht von wo wir beschossen werden muss man ausschwärmen und scouten da brauchen wir eine Aufklärung ich vermute vielleicht sogar von da unten oh das ist mir gleich die nächste Atatrie ist ja wie effektiv Artillerie ist wenn man sie richtig einsetzt und da hatte die SU so eine Reichweite das ist auch eine Möglichkeit dass der Panzer das war muss ich das Einheitendesign anschauen was die kann die Einheit opa pa 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 schau es einmal da haben wir was übersehen äh um die 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 Frauen zu machen das haben wir ein Problem immer die Flanken sichern immer die Flanken sichern so ihr zwei nehmt einmal die Orte ein ihr habt es ja noch nicht eilig was schau wir können es eigentlich angreifen ich sehe keinen Grund warum nicht haben wir genug da stehen jede Menge Versorgenseinheiten ok ooooh schau es mal was da alles rumsteht Holadrio ähm wollt ihr euch vielleicht wieder in die Kämpfe einschalten oder so nur so Vorschlag ich meine weiß nicht wir hätten noch ein paar Länder zu erobern ich sag es ja wenn das alles von Westen darüber rollt dann schaut das gerade ich glaube ich mal ganz anders aus dabei sehe ich noch kein Problem da schaut es mal da mit Warschau da ist natürlich jetzt einiges los war damals im Glück Artillerie ich bin Angriff unterstützt wir haben Nachschubseinheiten jede Menge da ist eine richtig gute Angriffsgruppe ein bisschen mehr Panzer könnte man brauchen ok ja kämpft jetzt einmal nieder das ist gut da haben wir einen polnischen Panzerjäger das heißt hier müssen wir ein bisschen sichern diesen Bereich und da haben wir noch eine kleine Pocket jetzt wird ein bisschen chaotisch ja aber es macht nichts tatsächlich das war diese SU-Einheit die der uns da beschossen hat so Vorrücken auf Lemberg wenn wir schon mal dabei sind vom Westen und von Süden so wir schauen mal hier aus besser immer noch nicht gut war besser gut Luftangriff auf Schiezen ja da haben wir jetzt so viel Artillerie stehen das ist ja wirklich unangenehm wo habe ich die hin kommentiert die Flugzeuge das ist eine gute Frage das ist eine Frage da sind sie das ist das Gros jetzt haben wir da die Artillerieeinheiten hier bombardieren immer gespannt jetzt mal die Greifung ist da an ok Panzer jetzt mal in den Gegenangriff we took their capital bum 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 ha 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 oh wey oh ja oh ja ja ein kombinierter Panzerangriff mit Luftunterstützung so um eine Menge Artillerie oder macht es bum 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 hmm da stehen wir nicht mal in Reparatur die Hobbits haben wir da unten glaube ich verloren die haben uns zerstört ja die verlieren wir viele oh ja haben wir den da verloren oder war das woanders an IS6 zu verlieren ist natürlich ärgerlich aber ok Lemberg das ist ein guter Angriff von zwei Seiten da haben wir ausgeruhte Einheiten ah wie war das nochmal dass sie nicht genau da angreifen jedes Mal wenn ich sage sie greifen genau von da nicht an dann kommen sie genau auf diesen Punkt ich habe gewusst dass ich da jetzt ein bisschen aufmache mhm ärgerlich ok hier schauen wir gut aus da haben wir den nächsten Grenzfluss also Grenzfluss da ist schon ich weiß nicht wie der Fluss da heißt den nächsten Fluss erreicht also diese Einheiten sind quasi komplett äh ja nutzlos das heißt diese ganzen Einheiten hier wenn wir da herkommandieren dass sie quasi da rundherum fahren über Krakau und Richtung Süden das verstärken und ihr ich wollte ihr drei da könnt es da denen helfen äh wir haben natürlich da schon wieder die Straßenverbindung von Warschau und Lotz verloren ich weiß ok Warschau ist allerdings eingenommen das ist sehr erfreulich schwärmt sich gleich nochmal ein bisschen aus besetzt die ganzen Orte rundherum die ganzen Kasernen etc mh 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 sieht gut aus naja Polen werden wir auch bald in der Tasche haben so boah was hab ich denn da gemacht was sind die ganzen restlichen Versorgungsinheiten ok die können sich zumindest super bewegen die können sich überall hin bewegen nur aufpassen dass von hinten nicht der Panzer unsere Versorgungsinheiten jetzt abschießt oder dieser SOA 85 äh und dass diese ganzen Einheiten da mal sich in Bewegen setzen und da raufkommen so schicken wir mal ein zwei Einheiten da rüber haben wir genug stehen mh der Rest von euch kann nochmal nach Norden verrücken so Raum Warschau ähm du greif einmal den Flugplatz da unten an du greif den Flugplatz da unten an du hübe ihnen dabei ok ich gehe nochmal ein bisschen zurück da äh du gehst dich mal wieder reparieren ha da geht also ja das hatten wir schon sie haben quasi nur ein bisschen Gebiet befreit und sobald eine verbündete Nation quasi ein bisschen Staatsgebiet befreit fällt die Nation wieder also wird sie wieder quasi er steht sie quasi wieder auf und dann befreien wir sie quasi noch einmal äh oder ja wir haben sie befreit wir haben uns nicht annektiert wir haben sie befreit bitte ja das ist das korrekte Vokabular so mh ja ihr alle da rückt da rein und macht da denen den Artillerie der Artillerie Dampf dann haben wir wieder einen Haufen Artillerie die sterben wirklich wie die fliegen aber das sind ja die sind einfach so verwundbar also ich würde die auch in Zukunft vielleicht gar nicht mehr so bauen also für Defensivkriege ja aber für Offensivkriege sind die einfach nicht geeignet die Einheiten da muss ich speziell wenn man so einen Krieg führen wie jetzt ich meine das ist das reinste Chaos klar wir greifen uns dann an allen Ecken und Enden an selbstverständlich so ihr alle da ihr greift es dann noch einmal an na das ist perfekt das sind optimale Ziele für dieser jetzt passt schon sie greifen eh alles in den Bereichen okay Moment 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 setze ich mal zurück ja jetzt mache ich eine Situation die ich nicht haben wollte dass wir uns da blankieren ja Cisnau ist noch ein Problem aber sie können Cisnau nicht verstärken ah du verzupf dich mal das ist wichtig dass wir den Übergang halten Cisnau ist ärgerlich dass wir so viel Artillerie drinnen stehen haben dass wir gar nicht richtig angreifen können aber dementsprechend äh wenn wir das ja auch anders jetzt machen ihr repariert euch einmal das ist jetzt schon ganz schön mitgenommen wir einfach mehr Einheiten ran führen solange wir da da kommt die Sowjetunion da sind wir lauter Crap Einheiten aber okay jetzt kommt der Gegenangriff Leute jetzt ist er da und zwar ziemlich genau dort wo ich ihn erwartet habe ja wir haben die Knizzer Grenzübergänge nicht besetzt jetzt wird es unangenehm Leute jetzt wird es richtig unangenehm was machen wir jetzt da flankieren die uns auch schon die Sowjet Einheiten sieht das jetzt wird es chaotisch jetzt müssen wir wirklich aufpassen müssen wir schauen ob wir Polen möglichst schnell ausschalten weil sonst haben wir Probleme war wirklich ein Problem ja ich sehe es ich sehe es ich sehe es das ist das Risiko wenn man so quasi so vierdimensionale Angriffsmanöver macht auf alle Ecken und Enden kommt und natürlich da Probleme kommt aber okay ist okay ist okay 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 so wir brauchen den Raum war schon mehr Einheiten wie viel ist ein Polen noch über naja der östliche Teil noch genau hier mal jetzt das Problem was wir vielleicht gar nicht mehr so leicht vorkommen auf reinkommen vor allem hier mal eine riesen Lücke oh Backe oh Backe und raten Sie mal wo das so weit Angriff verfolgen wird genau hier jetzt seht ihr das ich würde gerne Lemberg einnehmen dann haben wir diese Straßenverbindung eine Brücke zu viel es war zu aggressiv wir sind zu weit gestreckt das ist echt ein Problem ich muss da alles nach Norden verlegen ich kann das da unten nicht verteidigen wir müssen das da quasi aufmachen komplett und das hier verstärken und die die seht ihr das? da kommen sie rein da kommen sie da rüber wir müssen diesen Grenzübergang hier dicht machen das ist dabei nichts gefährliches das ist ein Haufen Flak und ein Panzer das ist genau das wo wir kein Problem damit haben aber wer sagt dass er zehn Panzerdivisionen da gleich dahinter herkommen das heißt da müssen wir schlangig diesen Grenzübergang dicht machen da unten haben wir ihn dicht gemacht das ist ja eh schon am Weg zur Reparatur jetzt weiter aber es schaut miserabel aus und sie müssen wir mal in Ruhe lassen und schauen dass die keine Verstärkungen schicken so die verlegen wir mal da her dann schauen wir wie das funktioniert ja du ziehst eh schon ab seht ihr das? da haben wir jetzt ein Problem ein Riesenproblem das ist super gefährlich was hier passiert die hebeln uns quasi aus okay es hilft nichts alles nach vorne wir müssen Polen so schnell wie möglich besetzen die Einheiten werde ich dann mal abziehen die verlängern wir mal auch Richtung da rauf ihr alle da ja ihr müsst da helfen ihr müsst da diese Lücke irgendwo langsam schließen das ist eine unserer Garnisonen die da gleich eingeht ok frische Panzeranheiten na das sehe ich jetzt sehr gerne ok rückzug das ist geostrategisch ein Schwachsinn rückzug 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 wir machen hier bei Raum Lemberg verteidigen uns hier das ist ja die nächste das passt wir hätten die nicht angreifen sollen das war strategischer Fehler ich glaube die sind liegen geblieben ja na sie kommen ok passt 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 so ihr alle da rückt einmal davor machen wir ein bisschen auf das macht nichts wir machen wir mich hier gleich wieder zu mit diesen Einheiten ok hier können wir uns verteidigen das geht ihr verschanzt euch einmal da was haben wir da stehen Panzerabwehr Panzerabwehr Schützenpanzer ja da haben wir jetzt die Artillerie richtig positioniert jetzt ja so gehört die eingesetzt und nicht anders mhm und da haben wir gerade eine mittlere Katastrophe zum Glück haben wir da noch einen Fluss der uns schützt weil sonst könnten die da quasi unlimitiert da jetzt vorstoßen ja das fällt uns ein bisschen am Kopf hier sind wir auch in der Bredouille aber nicht so schlimm nicht so schlimm wie da oben so also wenn wir das alles da rauf verlegen da kommen ein paar Panzerinheiten die könnten das theoretisch wieder drehen da haben wir einen frischen Panzer also drei Panzerinheiten da hin verlegen eine Pack äh was kann man noch schicken wenn wir schauen wenn wir irgendwo was finden ich glaube du verlegst da hin das ist mit euch drei da keine Ahnung wo ihr hinfahrt ja ziemlich genau genau in diesen Gefahrenbereich rein ja es kommt eine Menge das Problem ist es dauert bis die ankommen und derweil können die Soweiteinheiten genau hier jetzt quasi wie mit einem Messer da reinschneiden aber wir haben nichts nicht stehen hier ist alles offen das war eigentlich der Plan dass wir hier den Flussverlauf besetzen aber hier haben wir eine Lücke hier sind wir jetzt eingekesselt de facto noch nicht ganz aber das wird gleich der Fall sein äh ja und dann schaut es übel aus dann müssen wir uns quasi da zurückfallen lassen auf einen Fluss weiter weil natürlich nicht der Plan ist es war mir von Anfang an klar dass es ein gewagter Plan ist es funktioniert noch nicht alles so wie ich mir das gedacht habe aber wie dem auch sei wir werden das hinkriegen wir müssen einfach schnell schauen auf den Polen als nächstes ausschalten dann kann man da die Grenze konsolidieren können ähm hier Einheiten entsprechend dann verlegen und dann passt das wieder wir haben hier so viel stehen das muss noch alles endlich äh entsprechend eingesetzt werden boah ok wisst ihr was ihr alle hier jetzt Eilmarsch ihr müsst's Bruder beißt einmal runter ziehen wir die mal komplett zurück ihr nehmt mal den Hafen da ein äh du nimmst da mal das hier ein und ihr alle was macht ihr alle da da vorrücken zieht's euch zurück ja da brauchen wir wirklich reinforcements da kommen sie jetzt ei 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 ja wenn wir das doch dicht machen könnten wäre super da haben wir dabei dicht gemacht die stehen da quasi der Gegend rum ihr alle tut's eh reparieren glaube ich gell ja mhm bosporus alles ruhig ok ja es wird es wird sich kontrollieren lassen da haben wir einen frischen panzer wir müssen uns einfach hier eindämmen diesen durchbruch ähm ich habe noch spurweiter nörder nicht erwartet aber ich habe auch damit gerechnet dass wir die grenzübergänge alle dicht machen können aber jetzt noch genau wenn wir diesen grenzübergang mit diesen einheiten jetzt hier dicht machen können können wir den nachschub hier unterbrechen weil die sind genau hier rüber gekommen das sind die hier quasi abgeschnitten bei den nächsten geht er quasi hier rauf und alle anderen grenzübergänge haben wir hier und wir verteidigen uns dann quasi hier in diesem ort hier also in Schremmesil oh mein Gott Schremmesil ich glaube ich spinn Schremmesil das ist eine 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 sehr historische Festung aus dem ersten Weltkrieg und genau dort igeln wir uns jetzt auch wieder ein na wenn das mal kein Vorzeichen ist ja also Schremmesil ist dann quasi der der Ankerpunkt die restliche Grenze entlang Anista haben wir im Prinzip hier weitgehend im Griff hier passt hier haben wir genug Einheiten hier haben wir Artillerie hier kommt nichts durch also das können wir Raum Lemberg quasi hier verteidigen wir werden uns in Schremmesil ein bisschen verteidigen das passt auch da können wir entsprechend Verstärkungen dann von Polen schicken Hauptproblem ist hier im Raum Bozzani wo wir einfach zu weit also nicht so schnell vorrücken konnten wie geplant genau deswegen wollte ich die Übergänge besetzen das ist ja der Plan gewesen wir haben eben eine Brücke nicht unter Kontrolle gebracht wir haben Schießen ja auch noch nicht unter Kontrolle gebracht das ist egal das ist abgeschnitten de facto aber wir haben die Brücke südlich davon besetzt da stehen drei Elite Panzereinheiten also da kommt nichts durch solange die da nicht auf die Idee kommen uns irgendwie abzuschneiden könnten sie theoretisch das heißt das heißt dann wenn wir auch schauen dass wir da entsprechend Einheiten dann zur Verstärkung schicken beziehungsweise einfach da den Schützenpanzer vielleicht hier positionieren das passt ja das muss aber nur gehalten werden das ist alles der Hauptangriff das Hauptproblem ist dieser Grenzübergang wenn wir es uns gelingt den hier zu besetzen dann schaut es wirklich gut aus wobei wir haben ihn im Prinzip unter Kontrolle noch nicht ganz aber so ziemlich das heißt es kann kein Nachschub einsickern solange es besetzt ist na ich bin mal gespannt wie das weitergeht Leute es bleibt auf jeden Fall spannend denn desto länger es dauert desto mehr Sowjet-Einheiten werden Nachrückung jetzt wird man vom Süden quasi abgeschnitten hier jetzt kommt ein APC die drehen jetzt um und schneiden uns vom Süden ab Moment mal ist das die Brücke das Hex ja das ist das Brückenhex weil es eigentlich egal ist welches Hex wir besetzen Hauptsache ja richtig jetzt ist das das Problem sie natürlich jetzt an allen Seiten flankiert werden da müssen wir schleunigst schauen dass wir die entsetzen und Verstärkung schicken und wenn wir mal ein bisschen versuchen da mit dem Panzer ein bisschen hier bei Chisnow zu bekämpfen und zurück zu drängen hier kommen bereits die Verstärkungen die treffen gerade rechtzeitig ein die frisch produzierten Panzereinheiten drei an der Zahl die werden das Blatt jetzt hier wenden davon bin ich überzeugt wenn wir einen da drauf schicken dann passt das weil die ES6 sind einfach wirklich gute Kampfpanzer die werden entsprechend diese Einheiten hier zurückdrängen und die Lage hier entspannen weil hier ist eine Menge Flak wir müssen da oben einfach nur mehr Panzer hinkriegen und dann passt das und dann werden wir entsprechend uns weiter darauf konzentrieren entsprechend den Raum Lemberg zu sichern schauen dass mal da nichts durchkommt und dann sollte das eigentlich denke ich soweit passen Polen werden wir demnächst denke ich einnehmen das sehe ich also jetzt kein großes Problem mehr wenn wir entsprechend hier weiter vorrücken schauen dass wir diese ganzen Orte besetzen entsprechend da immer eine Einheit zurücklassen weil da steht zum Beispiel eine bulgarische Einheit dass die da jetzt auch keinen Blödsinn machen kann da ein bisschen verteilen die ganzen anderen Orte hier noch besetzen dann müsste eigentlich Polen auch demnächst kapitulieren hier greifen wir auch schon an da hätte man vielleicht ein bisschen mehr schicken können dass wir diese Pocket hier einnehmen aber das ist immer schwer zu schätzen was da genau drinnen steht aber wie dem auch sei wir machen Fortschritte es ist natürlich nie leicht wenn man sowas macht wie wir das jetzt gemacht haben aber das ist ja Teil der Herausforderung und ja wie wir sehen wo kommst du denn her richtig da haben wir schon wieder mal eine Lücke aufgemacht und sich auch Richtung Norden absichern aber das schaut schon sehr gut aus das schaut sehr gut aus weil wir einfach wirklich hier eine gut gemischte Einheit haben da können wir Richtung was ist das? der Weißrussische Grenze ja das ist schon Weißrussland können wir vorrücken das hier dicht machen und jetzt ist ja hier wieder ein Flussverlauf das heißt wenn wir diesen Brückenübergang hier sichern haben wir wieder sehr viel Gebiet unter unsere Kontrolle gebracht das heißt da werden wir in der nächsten Episode fortfahren wir werden entsprechend hier entsprechend weiter vorrücken wir werden entsprechend schauen dass wir die Gebiete sichern und die wichtigen Brückenübergänge haben und wenn wir die haben dann passt das ja sollte dann Polen auch demnächst kapitulieren und dann haben wir eigentlich können wir uns konsolidieren dann können wir quasi an diesen östlichen Grenzfluss so Weißrussland da mal hier in Stellung gehen können hier bei Kaliningrad in Stellung kriegen da haben wir einen Grenzfluss darüber nach Estland ist es glaube ich nein das ist Litauen sprich diesen litauischen Grenzfluss hier verteidigen und dann haben wir eigentlich auch eine sehr gute Ausgangsposition können wir uns mal an Landernista konsolidieren um entsprechend dann die Truppen neu zu sortieren schauen wie viele Verluste wir haben wie es aussieht mit den ganzen Einheiten wo wir Poterungsszenarios haben etc. 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 aber im Moment schaut es eigentlich ganz gut aus wo geholt wird fallen natürlich Späne entsprechend da einiges wieder an Einheiten verloren aber hauptsächlich also Panzerabwehrkanonen und 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 Chips Versorgungseinheiten wie dem auch sei wir werden es auch zügig ersetzen kein Problem und dann werden wir einfach so in dieser Art und Weise voran fortschreiten gut Leute hoffe die heutige Episode hat euch gefallen wenn ja dann hinterlasst mir doch ein Like und Subscribe für den Channel wenn ihr über diese Let's Play und entsprechend meine anderen Let's Plays auf dem laufenden bleiben wollt morgen geht es wieder weiter mit der neuen Episode Supreme Roar Ultimate hoffe ihr seid dabei vielen Dank fürs Zusehen und bis bald